Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Von Goop Naturaplan sind zurzeit 25 verschiedene Gläschenmahlzeiten erhältlich. Das Angebot wird laufend erweitert und mit neuen Mahlzeiten ergänzt. Das Kind muss wegen der besseren Qualität also nicht auf Abwechslung verzichten. Viel Goop Naturaplan hat es auch im Rezept von Andy Zaug. Richtig! Und weil am Sonntag Muttertag ist, gibt es wieder einmal ein Dessert. Grüß euch miteinander! Bevor es aber soweit ist, darf ich unseren heutigen Gast begrüssen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Florian Schneider! Hallo, Florian. Florian, du hast eine Hymne für das Eidgenössische Turmfest gemacht. Wie ist es dazu gekommen? Ja, eben, weil das Eidgenössische Turmfest dieses Mal im Juni dieses Jahr in Basel-Biet stattfindet. Die Organisatoren sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, ob ich etwas an der Eröffnungsveranstaltung singen würde. Und ich habe gesagt, was ihr eigentlich gebrauchtet, wäre ein eigenes Turmfest, ein eigenes Festlied. Und dann sind wir herangesessen, ein Freund und ich, und haben innerhalb von zwei Wochen eine Vorproduktion vorgelegt. Und die hat den Organisatoren gut gefallen. Und sie haben uns den Auftrag gegeben, machen die richtige Platte daraus. Und führen sie dann auch an der Eröffnungsvorstellung auf. Und so ist jetzt die CD entstanden, die exklusiv auch beim Hauptsponsor des Turmfestes bei Coop erhältlich ist. Besten Dank, Florian. Eine kulinarische Hymne für einen Muttertag darfst du jetzt zusammen mit dem Endi Zaug komponieren. Ich bitte dich in die Küche. Mache ich doch gerne. Für den Flan Milch und den Rahm erhitzen. Salih, Florian. Salih, Andi. Eine Vanillestengel längst aufschneiden. Dazu geben. Die weisse Schokolade in der heissen Flüssigkeit auflösen. So. Und den Vanillestengel wieder rausfischen. Eingel, Eingel und Zuckenschau migrieren. Die Joggi-Milch dazuleeren. Und die ganze Flüssigkeit durch den Sieb durchpassieren. Jetzt sind die kalt ausgepielten Förmchen abgefeuert. Und mit einer Nalufolie verschliessen. Dann im Wasserbad auf einem Backblech in den Ofen schieben. Und ca. 3 Viertelstunden poschieren. Für die Soße die Erdbeere ein Stückchen schneiden. Mit Zucker und Zitronensaft mischen. Und mit einem Stabmixer pürieren. Der Pfla auf einen Tauer stürzen und mit Appbeer-Sauce und Appbeere garnieren. Auch das Rezept steht in der neuen Coop-Zeitung. Also, wir wünschen viel Vergnügen beim Ausprobieren und einen schönen Muttertag. Einen schönen Muttertag. Besten Dank, Florian Schneider und Andy Zaug. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet. Wie viele Gläschenmahlzeiten von Coop Naturaplan sind zurzeit in unseren Läden erhältlich? 20, 25 oder 30 Sorten? Also, die richtige Antwort herausgefunden, nämlich 25 verschiedene Sorten und damit zwei Tageskarten für die Expo mit Verpflegung im Restaurant der Bio d'Avola gewonnen hat Frau Beatrice Häcklin. Bravo, herzlichen Gratulation. Herzlichen Gratulation. Ich bedanke mich bei allen fürs Mitmachen bedanken und natürlich ganz besonders bei dir, Florian, mit dem Streich und der Blumenach. Vielen Dank. Danke. Auch Sie zu Hause können heute wieder im neuen Expo02-Spiel in der Coop-Zeitung gewinnen, ermöglicht von folgenden Sponsoren. Dole Banane, Petit Suisse, Pampers Premium, Bibi Nuki und Penaten Baby Shampoo. Zu gewinnen gibt es ein Skoda Fabio Kombi und auch hier die Tageskarte für die Expo02 und die Gutscheine für das Coop-Restaurant Bio d'Avola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Eine Windle wird am Komfort und an der Saugkraft gemessen und diese ist bei den Fixys, der Exklusivmarke von Coop, mit dem ersten Rang im deutschen Warentest bestätigt worden. Die Fixys Ultra Dry ist mit Textilkomfort auch aussen kuschelig weich, hat Air Active System für frische Luftzufuhr, sitzt optimal dank Elastic Fit und hält mit den Sensitive Care Kugeln die Nässe von der Haut fern. Fixys Windle gibt es auch als Extra Class und als Training Pants für höchsten Tragkomfort und gesündere Babyhaut. Das war es für heute. In einer Woche wird bekanntlich die Expo02 eröffnet. Wie sich Coop dort präsentiert, zeigen wir Ihnen am nächsten Mittwoch. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen.